Moin HSV-Fans, jetzt hier unsere neuen Kanado-Runde. Ja, viel Spaß auch. Joshua Magnumann macht es einfach mal ganz alleine. In welchem Fach in der Schule war es besonders schlecht? Boah. War ein anderer Fall. War es überhaupt gut in der Schule? Das ist was anderes. Ja, erstes Spiel zurück, nee. Haben wir das gemacht, nee, auf jeden Fall. Letztes Spiel ein bisschen Kraft fahren, das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Wir lieben gar nichts. Was machst du als erstes, wenn du in einen Club gehst? Mich hinsetzen. Okay. Warst du schon mal fertig? Überhaupt? Nein. Was? Wir sind fertig. Dankeschön. Wir sind fertig. Ja? Hi!